so hallo und herzlich willkommen zurück zu alien isolation so das letzte mal haben wir mr alien in den gas riesen geschossen also er ist tot nein und jetzt naja sehen wir was wir jetzt tun müssen da ist der alien leider fort ist und ja wir haben jetzt die alarmstufe omega und wir wissen jetzt nicht dass die hoch oder niedrig ist weil wir schon bewegung und weder sind es menschen oder androiden und androide das sieht nicht gerade freundlich aus naja dann knallen wir nebenab schön schießen schön sechs schuss und besiegt lässt mich nicht nah laden ist ein bisschen schwer wir haben keine wahl wir müssen ihn schocken und dann verprügeln ja das denke ich auch mit einer ladung zurückgegeben naja besser geht es wohl nicht oder also ich habe fünf elektrische ladungen im magazin wie es aussieht zu mir ist man merkt kein rein da hat ein bisschen damage gemacht ok kann man hier rein mal sehen das ist ein vorteil wenn es nicht mehr da ist kann ich mich ein bisschen umschauen und laut sein man reden zu verprügeln geht sehr gut wenn alien zu verprügeln wissen schlecht naja das will man machen wie sieht es mal ruhig aus mal sehen ob wir das finden können jetzt können wir auch endlich wieder mal sprinten im spiel jetzt geht es ein bisschen schneller voran würde ich sagen das sage ich jetzt nicht mal würde ich sagen nur ein bisschen abgewöhnen naja hier drinnen war nur eine komponente b wie es aussieht so ein bisschen Bullshit da drüben braucht man verbesserten Ionenschneider also wenn ich weiß hier ist noch das ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden hat eine Weile gedauert aber jetzt ist die aus ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen kommen sie zu mir wenn sie ihre ausgeschaltet haben dann können wir endlich abbauen verdammte Scheiße ich höre überall Geräusche jedes Knarren und beilen sie sich einfach ok oh jetzt habe ich gejokt im Bauen so das Turn hat ein bisschen Angst ich kann jeden Aufzug nehmen da haben wir gehen müssen hier lieber vielleicht finden wir noch was gutes wie Pumpgun Munition das ist wichtig eine Pumpgun ist sehr gut gegen Androiden und hier ist sogar eine Save Station gleich safen wieder mal boah ausgezeichnet und wieder zurück den Madkit zieht nicht rein ich muss sagen wir sind echt super ausgerüstet momentan gegen Androiden oder Alien egal wir sind ausgerüstet und bereit und wir werden überleben hoffe ich mal ja physischer ist der Schaden ok und reden weil wenn du es mit dem Wahler gesehen hast was man verprögelst und es ist passiert tut mir leid dass das mit der Abregelung vorhin schief ging kein Thema sie haben mich am Ende eher noch da raus geholt ich treffe sie dann im Büro ok oh hier liegen über Leichen naja für einen Plünder sind Leichen immer gut kann ich nicht beklagen ah ja ich war vor allem bei den Androiden wenn man sie verprügelt nur mit dem Wartungsheber dann greifen sie ein und das ist nicht so gut gefällt mir nicht ich sterbe ich glaube eher wenn ich sie verprügelt manuell schlage ich sie lieber mit dem zuerst mit der Elektroschock und dann schlage ich sie nieder was war das? das sind Menschen das Gesicht kenne ich nicht ok wow staubsauger folgen mir das sieht aus wie der Staubsauger von den T-Tal ist der Nono schnell staubsauger fahre noo schnell ich folge mal dem Staubsauger da rein wir sind im Todesstern ein bisschen dann sind da kleine Staubsauger unterwegs die finde ich cooler aber die sind auch geil hier ok hier komme ich nicht weiter ich muss wohl in den Lüftungsschacht hier das Bändemittel nehmen wir noch mit ich meine das ist ziemlich schön ohne der Sale momentan gefällt mir schon gut ist einfach ein Part der erleichter umfällt könnte man sagen ich bin zu blöd zum bauen ok Revolver nehmen wir mal den den hat eh jedem eine Muni und die meisten schiessen immer mit der Shotgun rum ich habe schlechte Nachrichten etwas stimmt nicht mit den Androiden mit den Androiden stimmte was nicht seitdem ich hier angekommen bin nein das ist was anderes sie haben ihre Posten verlassen ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt das ist nicht normal super passen sie auf sich auf oder ich muss noch nachladen hier nicht so gut wenn ein bisschen Munition fehlt denn für den Androiden brauche ich 6 Schuss in den Kopf das weiß ich aber ich gehe noch da hoch vielleicht liegt da oben was Plündern ist hier einfach das wichtigste im Überleben eigentlich noch ich weiß nicht wenn man einen verbesserten Bauplan oder so findet ok gehen wir hier rein also haben wir hier Ethanol brauche ich nicht hab Molotor voll ich glaube jetzt habe ich alles voll was ich momentan bauen kann eben außer die Munition aber das geht wohl nicht äh ich müsste mehr finden zumindestens naja Munition ist immer gut so eine Bar hier Looter will pay äh ne eigentlich bezahlt ich nichts aja ja 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 sich halt ist wichtig bei sich Isn Und jetzt sterben Menschen. Wo hättest du wirklich hier? Was ist mit den Androiden los? Ich hab keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Möge es Apollo wüten, wie er sich Mr. Alien rausgekickt habe. Aber ich weiß es nicht genau. Denn Valen Titan ist nicht gerade freundlicher Mann im Umgang. Mit ihren Lebensformen. Oh cool, das könnte ich auch aufmachen. Noch nie gesehen. Yeah, radio time. Ein schlechter Radio. Na ja, mach mir hier mal auf. So, jetzt haben wir die Energie hergestellt. Jetzt können wir hier raus wieder. Wir sehen, wir sind hier nicht rein. Und jemanden gesehen. Der hat ge... Der blöder Scheiß Pisser. So, jetzt ist es Zeit Menschen zu erschießen. Diese Leute gehen mich an. Ich werde immer erschossen die ganze Zeit. Es ist nervig, muss ich euch sagen. Nervig einfach nur. Gleich wieder runter in den Lüftungsschacht. Gleich rüber. Und nächstes Mal. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Auch Menschen will ich meine Munition lieber nicht verschwenden. Den Menschen... Oh, Öl ist noch besser als vorhin sogar. Was muss ich wirklich sagen? Es ist... Es ist gut. Es ist einfach gut. Weil Öl... Ich weiß nicht, das kannst du denn hier brauchen. Denn... Alles brennt hier. Meine Seele mag es nicht. Ich mochte es nicht, besser gesagt. So, jetzt warten wir mal. Da draußen ist ziemlich viel Bewegung. Ich glaube, die anderen liegen mir auch hier draußen nämlich. Jo, da sind sie. Aber ich lasse die anderen ein bisschen Arbeit für mich machen noch. Die Typen halten eben zwei Shotgun-Schüsse. Also das ist schon krass. Und ich bekomme eben nicht so viel zurück wie vorhin. Und jetzt kommt eben dramatische Musik. Du darfst leben. Ich habe keinen Vor... Nicht gerne vor, Menschen niederzuschlagen. Wenn es nicht unbedingt nötig ist. Der abgefuckte Krippel! Auf mich? Ich werde ungern beschossen! Naja, er mag mal, er mag sie auch kein Feuer, das weiss ich jetzt zumindest. Ok, wo muss ich hier durch? Ich glaube hier, diese Tür geht auf. Und natürlich geht sie nicht auf. Das heisst, ich muss einen anderen Weg finden. Ok. Ist die Map hier schon richtig? Ok. Such mir einen anderen Weg, vielleicht geht es einen anderen Weg runter. Oh, hier geht es runter. Oh jetzt verdammt nochmal, Apollo hat die Adroiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten, es ist als würden sie jagen, lieben und alles. Was soll das heissen? Bereithalten. Ich glaube sie jagen Leute, weil sie möglicherweise in Gefahr für das Alien waren. Und sie jetzt, ähm, oder Apollo beziehungsweise angepisst ist, weil wir jetzt das Alien vor der Station geschmissen haben. Und jetzt muss ich hier ein bisschen aufmachen. Die andere sehe ich nicht um, weil ich die Androiden über den Haufen schießen will auch. Weil die immer nervig sind. Aber hier geht es eh nicht weiter, ich muss aber hochladen. Okay, weiter, weiter, weiter. Uppe geht auf, ja, Uppe geht auf die Tür. Ich dachte gerade ich hatte einen Androiden gehört. Okay. So, die Tür geht nicht auf. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da drüber. Aber wie schaffe ich das? Vielleicht hier? Oh hier, ja, nice, schön. Und die Türen sind ein bisschen unübersichtlich. Und die Musik ist ein bisschen lauer. Geht nicht auf. Hier bin ich, hier kommt vielleicht geht die Tür auf. Ja, zum Glück. Es hat dann die Musik vorbei, das war ein bisschen krass. Aber jetzt save mir gleich mal wieder. Da müssen wir jetzt wohl auch Androidenjäger werden. Was geht hier? Da ist jemand einfach rausgekommen durch den Vorhang. Ich habe keine Ahnung. Das sind, glaube ich, Schlafräume oder so. Sieht mal komisch aus auf jeden Fall. Immer jetzt ein Computer. Hilfe. Nichts. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Forster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht zu einem Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken. Und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davon gezahlt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Ami Sidora zu tun haben. Sie sollten lieber abstimmen. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Der Typ ist, glaube ich, ein bisschen gepisst. Hey, da drüben! Mann, sind die Leute nervig hier. Das habe ich nicht erwartet. Na gut, also dieses Molotow werfen hier verboten, wie es aussieht. Nicht so gut, aber okay, wir werfen eben keinen Molotow oder keine Rohrbomb mehr auf Leute. Wo sind die jetzt aber hergekommen? Das ist die andere Frage. Also gehe ich nochmal zurück und höre nochmal den Audiolog oder so an. Vielleicht nützt das ja was. Hm, habe ich nicht... Irgendwas gemacht habe ich nicht, ne? Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Forster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so ein Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken. Und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viele... Ich habe Sie davon gezahlt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Ane Sidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Das ist ein Part, den ich eigentlich hasse, weil ich hier keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Oh, das geht auf. Okay. Ist doch vorher nicht gegangen, aber meinetwegen. Ja, da ich die Rohrbombe vorhin jetzt auch nicht geworfen habe. Waits, wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sicherheitsgitter! Ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleibt zurück! Ich will nicht hier sein. Sie müssen es dir. Schweine! Lass! 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 Waits! Waits! Lass! 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 wir einfach weg, weil ich einfach keinen Bock habe mit dem zu arbeiten. Vielleicht geht jetzt die Tür hier drüben auf. Weiß ich schon. Immer noch keep out. Großartig, großartig. Vielleicht muss ich hier irgendwie rund umgehen. Oder sie hoffen jetzt vielleicht. Ich muss alles absuchen. Ich traue dem die ganzen nicht. Ja hier ist offen. Jetzt kann ich speichern hier. Dann muss ich nicht allzu weit zurück gehen. Seine Beine hat alles voll. Ich kann nicht mehr transportieren. Was machen wir hier? Die Sprengen. Ich habe sowieso viel zu viel Müll dabei. Warte ich muss mal die Beschreibung der Robben lesen. Brandvorrichtung. Aufprall detoniert. Also ihr könnt ja wohl auch in das Alien einsetzen. Das tot ist. Tödlich für Menschen und nicht industrielle Syntheten in der Umgebung. Aha. Ok. Ich kann auch als Falle eingesetzt werden. Ok. Das passt mir gut. War mal hilfreich gegen den Andriden hier. Wo geht es hier? Zum Versorgungskorridor. Oder nee. Mal runter gehen. War ich hier nicht schon? Nee. Öffnen. Umschauen schadet nie. Ich frage mich jetzt wo der Schacht jetzt hier hingeht. Mal sehen. Der Forschungsdruck. War ich da. Ich sag sie die Familie und die Familie morden gemeinsam. Wie geil. Gut Publi Eating. Hier ist wohl nichts wertvolles drinnen. Leider. Obwohl, was ist das hier? Leer. Es ist leer. Ein Computer, den schauen wir gleich mal an. So, was gibt es hier? Ich werde dort einen Weg öffnen, der Printer. Aha. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier. Sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Ways die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Sie haben sich gegeneinander. Für Nahrung. Wasser. Ich kann nicht hier bleiben. Okay. Den Anderen haben wir auch mal ein bisschen angezündet. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Ich höre eine Safe Station. Oh, das ist nur ein Computer hier. Oh, ich bin drinnen. Ich habe irgendwie rein gefunden. Hätte ich oben ein bisschen mehr umsehen sollen. Naja, kann ich später auch noch machen. Leg die nicht auf. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Aber ich muss sicherstellen, dass sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unserer Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Ways. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Ways. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ways. Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben. Und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Käpt'n warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Der Typ in der Savestation wollte wohl auch saven, hat es nicht geschafft. Hoho. Na gut, aber jetzt ist es wieder Zeit, diese Episode zu wenden. Und erst nächstes Mal, ähm... Was muss ich eigentlich machen? Ja, mich hier umsehen würde ich zuerst mal sagen. Keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Alles werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.